Ja, wir möchten jetzt unseren neuen Song das erste Mal hier in Trebur präsentieren. Ich weiß nicht, ob den schon jemand kennt. Dimm mal einen Schluck, dann geht's besser. Ja, danke, danke, danke. Unser neuer Song, ja, der ist erst seit zwei Monaten draußen. Wir haben heute die Premiere hier in Trebur, aber vorher habe ich eine Frage. Habt ihr schon noch was von der Leiner gehört? Ein paar kennen Sie schon. Kennt ihr auch schon die Olivia? Da gibt es ja noch diese eine Dame. Die sorgt schon viel länger für Furore. Die ist mit viel längeren Haaren. Und genau um die geht's jetzt, nämlich um die Rapunzel. Viel Spaß! Ich steh vor deiner Tür, ich war gestern schon mal hier. Mit 120 Rösen, doch du hast mich immer gehört. Und heut mit der Gitarre, dabei kann ich gar nicht viel. Ein Nachbar aus der vierten, schmeißt mit Porzell nach A4. Oh Mann, da hört mir ab. Ich steh vor Beißen raus. Oder hast du einfach nur dein Name still vertraut? Ich geb es noch nicht an, sing doch mal richtig laut. So richtig, 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 alle Hände hoch auf. Kurzolла混ze, lass dein haarant. Da runter, ich bin da. Gib mir nur ein Zeichen uns an! Ja. Durлад plugze, lass dein haarant. Da runter, ich bin da. Gib mir nur ein Zeichen uns an! Ich sehe mich. Ich sehe mich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank.